Ridic cutter Baaaam Wir sind live von deinem Herzlich Willkommen zu ner Runde Ännnde Mit Mio und Sylvan Eigentlich nur mir weil ich ja nur spielen Aber Sylvan kommentiert Ein dissel sinnlos mit Gäs Sylvan PNIS HÖ, HÖ, HÖ Neiiinar Hab den daten Tahne für den 13 jährige interessant gemacht Jetzt Erinnere ich mich also was das letzte Level war das ich gemacht hab Das war ein verdammter Pain inLED Yes. Und jetzt weiß ich es wieder ganz genau. Oh mein Gott. Oh mein. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Jetzt habe ich den ganzen Ablauf wieder verloren. Ich glaube, ich bin hier, 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 hier. Nee, das war es nicht. Das war es echt nicht. Ich habe es gemacht. So, 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 so. Ja, 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 ja. Oh ja. Looks good, looks good. Lookt sich gut an. Und dann habe ich irgendwas Fancyes natürlich gemacht hier. Zack. Keine Ahnung mehr was. Close one door. Ah ja, da ist jetzt offen. Moment. Halt, halt, halt. Da rein, da raus. Schade. Hat nicht geklappt. War knapp. Ja, ja, du spielst so ein kleines Strichmännchen. So ein Ninja-Strichmännchen. Und das Spiel stellt dir halt echt richtig fiese Level. Da denkst du dir so, ja, das Spiel will mich echt nur verarschen. Zumindest in manchen Leveln. Nicht in allen, aber in vielen. Denkt man das jetzt. Wieso, wie fällt das jetzt aus? Sieht so das Spiel eigentlich? Weil ich rage. Ach so. Weil es richtig schlimm ist. Du verkackst schon in einem Level einfach gut und gern mal 30 Mal. Bis du dann den richtigen Ablauf drin hast. Bis du dann das richtige Timing hast. Viel ist auch einfach nur Luck haben. Naja, eigentlich ist es nur Skill. Oh, scheiße. Verfickt. Jo, was ist das? Was hampel ich denn rum? Das hilft mir nix. Jo. Ich glaube, ja, sie hat kommentiert. Und Munge ist da. Hallo, Munge. Hallo, Lulu. Jo. Noch ein Stückchen. Der Mutter. Der Mutter. Hab ich gesagt. Ich bin gestorben. Alter. Oh, wie knapp die Rakete dann mit dem Arsch war. Scheiße. Heilige Scheiße. Oh, oh, oh. Nee, nee, nee. Oh. Das ist halt immer so ein mega knappes. Und das, oh, das Level ist so fies. Das ist alles eine offene Fläche und du hast dann so eine dich verfolgende Rakete. Oh Gott. Richtig Zerstörung. Das ist einfach nur fies. In aller der denklichen Weisen. Jetzt hab ich's grad so gut. Ey, komm. Jetzt klappt's einfach beim zweiten Mal nimmer. Ja. Ja, ja. So ist gut. Okay. Jetzt muss ich rechts oben hin. Los geht's. Let's go. Come on. I can do it. I can do it easily. Easy. Iiii. Ah. Ah. Easy. Iiii. Jo. Rein da. Nice one. Gut. Und jetzt nach unten rechts. Was ja hoffentlich alle gut sehen können. Ich muss nach unten rechts. Oh. Oh, nee. Oh. Oh, 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 oh. Aber jetzt muss ich die Rakete loswerden. Like this. Like this. Und jetzt muss ich nur noch ganz nach oben. Was ja eigentlich nach meiner alten Variante zumindest schon ein Stückchen erfolgbringend sein soll. Aber nicht ist. Oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir können das schaffen. N. Jo, du fucking Ninja. Herrgott, was tust du denn da? Nö. Was machen wir? My friend. Das ist nicht das, was ich geplant habe. Oh, heilige Scheiße. Oh, heilige Scheiße. Oh, heilige Scheiße. Oh, heiliger Schniedelwutz. Oh, oh, oh. Oh. Jo, einfach abspringen. Mhm. Heilige Scheiße. Ich hab's geschafft, aber ich hab nur noch sechs Sekunden. Fuck. Ja, das war's. Victory. Was? Geil. Ich hab's geschafft. Einfach so. Das war gar nicht so schwer. Wow. Wie ich gebankt habe in der Runde. Ich schaue es mir gerade im Replay an. Wie ich mich freue. Schön. Jo, das heißt, ich hab jetzt das Ding komplett durch. Oh, da fehlt mir 19. Oh, nee, 19 fehlt mir noch. Das hab ich gerade gespielt. Das war 18. Oh, die Destruction kommt erst noch auf mich zu. Was ist das für ein Level? Das ist komisch. Okay. Wir machen einfach ein auf vorsichtig und tasten uns langsam an das Level ran. So viele Optionen habe ich eh nicht. So viele Optionen habe ich eh nicht. Und Sekunden sammeln ist wahrscheinlich recht wichtig. Also lassen wir nichts verschüttt gehen. Hepp. Stück für Stück. Schön. Immer noch ein bisschen mehr. Gut. So muss das. Jawoll. Perfekt. Yeah. Level 1. Complete. Holy shit. Was ist sch... Ah, okay. Das ist der Begeil. 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 Das müsste machbar sein. Nein! Sehr machbar. Nur was ist das? Bei der ersten Mal klappt es immer am besten… Geoff. Ja. Wenn man so voll unwissend ist und einfach mal macht, klappt es immer am besten. Wenn man so voll unwissend ist und einfach mal macht. Klappt immer am besten. Random, das funktioniert immer. Ja. Guck dir da mal CS GO an. Das pougeil ist das randomste Zeug. Das funktioniert. Aber wenn du mal eine Strategie hast. Dann funktioniert da gar nix mehr. Was ist das? Äh, wait a second. Wut! Ich muss das, 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 das und das einsammeln. Das sind zwei, vier, sechs. Dann öffnen sich zwei, vier, sech. Oh, da ist auch noch eins. Sieben. Und dann das da noch aufmachen, dass die Tür aufgeht und dann bin ich fertig. Das kann man so zu viel machen. Und dann gibt es hier noch Laserstrahlen. Ja, okay. Laserstrahlen? Laserstrahlen. Laserstrahlen? Laserstrahlen! Laserstrahlen! Ja, das hatte ich gesagt. Ich hab's nur versucht, cool zu machen. Nein! Boah, ist das ein Fick-Level. Wow! Das ist richtig wixig. Lol, hier ist einer. Minecraft ist better than CS. What the fuck? Hat ja recht. Stimmt, Minecraft ist besser als Cisco. Vor allem ist das ja so das Gleiche, gell? Das sind Spiele, die man miteinander vergleichen kann. Oh! Der war fies, der war... Wow! Ja, Alter, in Minecraft gibt es Mini! Games. Die wie CS sind, stimmt. Und die funktionieren sicher besser als das Hauptspiel, von dem es abstand. Nein, ich meine, es gibt... Allgemein verschiedene Minigames, das sind mehrere Spiele in einem Spiel. CSGO gibt es auch verschiedene Spiele. Es gibt Deathmatch, es gibt The Ranks, es gibt Pipapo. Casual, Zerstörung, Vernichtung, oder wie so ein Rett. Fuck, Zerstörung und Wettresten nach Dorf. Ah, Wettresten, nice, genau. Ah, ah, ah! Ich kann auch mal... Jassi modzt irgendwas, glaubt, das gefällt ihr jetzt schon besser, das Level wahrscheinlich, wenn ich öfter sterb. Aber solange ich das... hier gut mach... Ich halte jetzt ruhig, Folos. Folos erzählst, was heute dein Tag so passiert ist. Absolut cool, alles... BEINGTOPP! Ich bin tot! Scheiße! Ist er ernsthaft in den Berg? Ha, ja, sie hat geschrieben. Nein, du hast es geschafft! Sei doch bitte wieder schlecht! Das gefällt mir schon besser. Das ist doch... Du bist selber schlecht! Hallo! Hallo! Ich kann schon nicht jemanden als... Ich kann schon nicht jemanden als... Ich kann schon nicht jemanden als schlecht bezeichnen, wenn du kein Deut besser bist. Das stimmt. Das ist doch möglich nicht. Sie hat noch nicht mal das Spiel wahrscheinlich probiert. Sie weiß nichts darüber. Sie weiß nur, dass es A schwer ist, weil ich... Doch, doch, es ist gratis. Was gratis ist, es spielt ja alles hier den Scheiß. Nein! Oh Gott! Oh, der war knapp. Oh! Oh! Ich hatte vorhin irgendwie so den richtigen Rhythmus drin, aber jetzt nimmer. Jetzt hab ich den. Scheiße! Scheiße! Du drückst! Du drückst Stück! Ich hab da so gemacht und dann bin ich hier ein bisschen geblieben. Und dann wieder zurück und dann... Ah! Schab ich doch! Scheiße! One after another. What the fuck? Lass mir doch nicht mein Gehirn weg! Mein Gehirn! Slowly! Nein! Hirn weg! Wenn der so Hirn voraus in diesen Laser reinkommt und dann so weggefretzelt wird. Oh! Oh! Ja, da hatte ich so gemacht. What the... am I doing? Ja, da drüber laufen klappt wohl nicht. War das so? Ja, so geht's gerade so. Aber auch nur einen. Ich kann so am Eck loslaufen. Ah! Schleicht! Das war nix gut! Oh Gott! Oh Gott! The fucking hell! Ah! God damn it! Wie ich dieses Spiel hasse! Wie ich dieses Spiel hasse! Wie ich dieses Spiel hasse! Toot und Verderben! Toot und Verderben! Und... Pfff! Hihren weggefetzt! Böse Lasers! Das sind richtig böse Lasers! Oh! 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 Da fetzt mein Bein noch am rechten Rand Ja, den zerstückelts immer so, das ist witzig Und seine Körperteile können dann auch noch rumgefetzt werden Wenn er so in so ein Minenfeld reinspringt, dann kann es sein, dass er Nach zwei Minuten immer noch irgendwo ein Bein rumhüpft Das ist richtig funny Ja, ist echt so Du denkst, das klingt dämlich? Das ist das Aber das ist lustig Aha, steht da jemand auf Zerstückelung von Menschen? bisschen d-nein Oh, ich war so gut dabei Mist Ärgerlich Äußerst ärgerlich Nein Ich soll das anders machen I have an idea Ne Das war gar keine Idea. Komm ich mal hier so. Und dann so. Und dann Jo, jo, Mama. Und dann so. Und dann da ein bisschen. Und jetzt aber aufpassen hier. Du fucking hell. Weißt du, der Boden ist auch noch so absichtlich scheiße. Oh, der wird zu spielen. Spiel mal. Das ist nur so ein Flashgame. Einfach nur gratis runterladen. Voll davon. Nö, nö, nö. Das bringt mich um. Ah, scheiße. Nein, nein, nein. Oh, oh. Ich bin kurz weg. Yep. Was tue ich denn da? Mann. Das ist Sylvainisch für solche Spiele nicht zu haben. Das ist nicht sein Dinger. Da hat er keine Lust zu. Oh, oh. Das darf kein anderer Laser kommen, sonst bin ich am Arsch. Oh, nee. Oh, fuck. Wow. Heiliger Scheißdreck. Nein. Ha, schmerzhaft. Puh. Okay. Ich könnte auch mal versuchen, in die andere Richtung zu starten, aber ich habe mich jetzt schon auf die hier eingespielt. Oh. Schie. Uh. Ja gut, da verweigert er mir einfach mal nicht weg. Eiskalt. Eiskalt. Double Hit. Mhm. Oh ja, der wird gut. Der wird gut. Oh, den hätte ich gleich hüpfen sollen. Egal. Hoppa. Hoppa. Hoppa, Zara. Komm schon. Komm schon.